Es macht mir Spaß, es ist schön zu sehen, wie die Leute sich hier über ein kleines Geschenk freuen. Ich war letztes Jahr auch hier und bin sehr gerne hier. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die sich über so eine Kleinigkeit so riesig freuen und es tut einem gut. Wir freuen uns da total drüber, weil das mittlerweile schon im dritten Jahr ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Software AG unsere Bewohnerinnen und Bewohner hier beschenken zu Weihnachten. Das ist eine total schöne Sache und freut uns sehr. Und insofern ist das natürlich eine Riesenbedeutung hier für alle und ich glaube, das hat man heute auch gemerkt, was da einfach los war und was da für eine Begeisterung da ist. Ich bin doch auch ein Fan. Es tut einem einfach gut, wenn man sieht, dass sie sich einmal freuen, wenn jemand kommt und ihnen das Gefühl gibt, dass sie auch wichtig sind. Nächstes Jahr bin ich auch dabei. Bis zum nächsten Mal. Wow, dass wir hier passiert ist. Vielen Dank.